Musik Wochenlang Temperaturen um die 30 Grad, ja teilweise auch Rekordwerte bis zu 40 Grad. Nun hat der Himmel sich kurzzeitig geöffnet und es hat geregnet. Auch wenn es sich so anfühlt, als würde die Putzfrau da oben zum Abschluss ihrer Arbeit ihren Wassereimer ausschütten, hat es der durstenden Erde zumindest ein wenig Linderung verschafft. Die Sonne lacht schon wieder, stickig bleibt es aber weiterhin.